Spektakuläre Sprünge in einer traumhaften Kulisse. In Mosta in Bosnien-Herzegowina ist auch Iris Schmidbauer aus dem oberbayerischen Päl an den Start gegangen. Sie durfte durch eine Wildcard an dem Wettbewerb teilnehmen. Die Klippenspringerin landete mit ihrem Sprung auf Platz 9. Also es ist natürlich super schön hier in Mosta, sind die perfekten Bedingungen. Das Wetter ist schön warm, der Fluss ist kühl und erfrischend. Und es gibt keine großen Wellen. Also wir hatten jetzt bei allen anderen Wettkämpfen immer irgendwie Drama ums Wetter oder um die Bedingungen. Und hier ist einfach alles perfekt. Gewonnen hat bei den Frauen erneut die Australierin Rhiannon Ifland. Damit sicherte sie sich ihren sechsten Sieg im sechsten Stopp der World Diving Cliff Series 2019. Bei den Männern siegte der Rumäne Konstantin Popovic souverän.